Aufnahme? Achso, äh, ja, muss der Wettschein. Ja, läuft, läuft. Oh Gott. Vier Frames, ah, jetzt geht's hoch. Ja, das ist jetzt, weil... passiert nicht viel. Ja, aber trotzdem, ja, gut, hast recht, das ist ja bloß die Zahl. Wie kann man verhindern, dass Teamspeak ins Spiel leiser wird? Die feito nicht nur unsere Masken. Achso. Aufnehmen? Zum Mercy Hospital. Gehen Sie zum Mercy Hospital, um ausgeflogen zu werden. Durch den Tunnel kommen wir zum Krankenhaus. Nicht weit von hier ist ein Bahnhof der Roten Linie. Prima Plan. Ich muss eh, eh, eh... Was meint ihr? Können wir? ich musste eh erst noch mal das spiel umstellen und da begrüße ich euch erstmal zu einem neuen projekt left for dead 1 diesmal sind dabei der 20 sag was sag was ich bin schweigsam ich bin schweigsam und ja Louis und sein NPC hier und sein Sündenbock zumindest das erste war für mich das ich habe ich habe dieses maschinen ich kenne mal kurz eine option Tastatureinstellung Mensch da steht doch alles drin wow ich lasse dich so ja wie machst du das ja genau ich geh auch mal kurz mal rein wo hast denn das gefunden der Lichtfalltaste über Maus Kasten Taschenlampe F kreik die Lube D ducken ist Zittrell Zittrell ist das dringend ja Z-D-S-T-A gegen was sonst ja hier steht aber Zittrell Louis soll mal die Klappe halten ach du blassen geredet gern ja 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 Maus 3 uuuh geil Waffe nachladen vorgehende Waffe lalalala attackieren hast du nicht gesehen langsam gehen ja gut kann man so lassen ähm ich hab ein Logo angemalt was ist du? ich hab ja hab mich hier erewigt wie hast du das gemacht? Tee Tee? Tee wie kreif mit Punkt cool ich will drauf schießen ähm wie war das mit der Taschenlampe F Taschenlampe F warte mal ist ja egal Taschenlampe F gut das ist weg ähm wollen wir? wollen wir? ja ja wegen mir ich geh wie voran anfangen ich geh außen rum lang hier liegt auch noch ein Knüppel oben hier liegt auch noch ein Knüppel oben zusammenbleiben 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 kommt hinter mich äh shit ja äh das so so kann ich nix machen Lade nach pssch ist friendly fire gegenst'n an? ich guck mal ich guck mal ja 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 ist an wir haben hier keinen Dirk wollte ich dir bloß gesagt haben wollte ich dir bloß gesagt haben oh zersts auch Spell Lade nach 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 hinter dir Lade nach ähm habt ihr mal ne Frage Lade nach nein war das jetzt normal dass die so äh angestürmt kam na klar also habt ihr das auch gesehen ja dass die auf einmal so wie bei einer Bombe rausgesplatzt kam ja du stinkst ja hier Lade nach 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 Ich hab bloß noch 366 Schuss. Unser Kollege hinten hat Probleme, wa? Nö, kannst du doch. Ach, der NPC kommt immer nach. Ich gehe rechts, ich gehe rechts. Ich lade nach! Schmerzmittel nehmen. Kannst du erst nehmen, wenn du unten bist. Wartet mal, hier sind noch welche, hörst du das? Kann man hier richtig zielen? Wie bitte? Kann man hier richtig zielen? Wenn du doch mal ausholst. Ich gehe hier so ein bisschen richtig zielen, die so lose zielen. Geh doch mal runter, vielleicht kommen sie. Ach, hier ist einer. Könnte ich gebrauchen. Sind noch welche da? Hier, ne gut. Doch, da hinten sind wir. Wo ist ein Charter? Hier laufen. Sie haben ja weggebeamt die Viecher. Genial. Hier kommt was. Wo? Wir haben was ausgelöst. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Die sind hier. Hinter uns. Wollen wir mal los? Los geht's. Bleib drinne, bleib drinne, bleib drinne, kommt nie raus, aber jetzt könnte er kommen. Nicht in die grüne Suppe rein, das ist die von diesen Aliens davon gestern. Halt durch, ich verarzte dich. Halt durch, ich verarzte dich. Hey! Also, äh, danke. Wir werden alle sterben, wir werden alle sterben. Du wolltest es. Ich geh mal hier hinter, ich geh hier hinter. Hab was gefunden. Ich auch. Ja. Könnt nützlich sein. Hier, nimm mal ein Fischer, unter mir. Ich hab Stütze. Was so sein soll. Lade nach! Lade nach! Verrascht, die bisschen leise sind. Wie? Nicht auf sich schießen! Lade nach! Ich brauch hier einfach mal über die Kimme zoomen. Kimme und Korn. Sehst du, was ich meine? Ja! Boah. Ich bin nie Miszy-Modler-Rug. Ich bin nicht schützt. ich bin nichtầuworkersпервыхsäger von dem Ich bin nicht schützt. Ja, also ich bin gesund. Ich bin komplett offen gar nicht drin. Wenn ihr weiter drüben rennt Losabgang Ich hab keine Munition mehr Wollt ihr euch wohl gedacht? Die Stille hat nur gedreht Gegenruf, was machst du? Lade nach! Lade nach! Ja, das ist richtig, dass... Das ist richtig, dass Muniz... Die Waffe im Muniz gut gestemmt hat, aber... Fettsack! Wo? Wo denn? Lade nach! Wo? Wo liegt ne Waffe? Hier! Zwei Pistolen! Hier gibt's Waffen! Coolio, danke! Lade nach! Ich bräuchte aber einen neuen Mun! Wer sagte was für ein Licht aus? Hier ist ein Spuckvieh! Seid mal ruhig, seid mal ruhig, seid mal ruhig! Seid mal ruhig, hör mal auf zu schießen! Hier ist irgendwo ein Kind! Hier ist irgendwo ein Kind! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Das ist wohl ein Kind! Da vorn sind wir sicher! Lade nach! Seid! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Missed! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Du wirst schon wieder krass Nein Furchtbar Ah, halt an einem, ist das ein Grauenhafen Grauenhafen Er hat auf dem neuen Auto gefeuert Was sagst du? Au! Wie wärst du denn meine Hilfe? Ich brauch's nicht Warte mal, ich hab da ein kleine krasses Kind Wir müssen mal gucken, wer hier alles raus ist Du und Jules Mann, ich nöde dich, aber du und Jules Danke Hier ist irgendwo ein Kind, da hast du das? Bleib mal stehen, du, bleib mal stehen da Da unten ist ein Kind 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 Ähm Wie schießt das? Ich hab's sicher Meine große Knarre hat ohne Schmack Was sagst du? Meine große Knarre hat ohne Schmack Naja, ich hab die Ich schieße nur noch auf Ich schieße nur noch auf Pistolen Wir müssen langsam mal Ich brauch langsam mal ein Medi-Kit Hier sind wieder Handwerber Hier gibt's Waffen Ich brauch ein Medi-Kit Ich glaub alles hier drin Uh, das ist cool Jawoll Mich nie Was, was dich nie? Weil er grad sagte, mich hat's übel erwischt Du lagst am Boden Du hast dich ausgeruht zwischendurch Hast dich ausgeruht zwischendurch War das jetzt gemeint? Ach Ach Er Er